Heimat bedeutet für mich, wo ich mich wohlfühle. Etwas Bezogenes, etwas für mich Bezogenes, das ist für mich Heimat, mit dem ich eine persönliche Verbindung habe. Heimat ist das, wo man wirklich frei lebt und wo man sich auch miteinander versteht. Heimat, Heimat ist das, verbinde ich damit, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Wurzeln sind. Heimat ist da, wo ich Menschen habe, mit denen ich verbunden bin und das Gefühl habe, hier kann ich kommen, hier kann ich kommen und bleiben. Mein Heimat ist das beste für mich. Das ist die Herkunft, wo die Familie herstammt, aber vor allen Dingen hat das für mich etwas mit Geborgenheit zu tun. Wenn man unterwegs ist, freut man sich darauf, wieder zurückzukommen und dahin zu gehen, wo man etwas Vertrautes auch sieht, wo man sich wirklich wohlfühlt und wo man mal abspannen kann. Für mich ist Heimat bedeutet, wo ich geworden bin, wo meine ganze Familie ist, wo das schönste Wetter für mich ist. Heimat ist in der heutigen Zeit ein sicher ganz besonderer Wert. Gerade immer mehr junge Menschen schreien geradezu nach Werten, nach Identifikation, nach etwas Bleibendem, etwas Festem und Konstantem, womit sich auch die eigene Familie identifizieren kann. Friedland ist meine Heimat. Da, wo ich ansässig geworden bin, wo ich zur Schule gegangen bin, wo Verwandte sind und Freunde, das ist die Heimat geworden. Heimat bedeutet für mich eigentlich erstmal ein Gefühl, weil da, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Eltern sind, wo meine Geschwister sind, wo ich groß geworden bin und mich auch wohlfühle und immer wieder gerne hin und zurückgehe, das ist für mich Heimat. Ja, Heimat ist ein wichtiges Wertefundament für unsere Gesellschaft. Heimat für mich persönlich heißt, Familie zu haben, bei der Familie zu sein, da zu sein, wo ich liebe sozusagen und geliebt werde. Heimat bedeutet für mich ein Ort, wo ich geboren bin, ein Ort, wo ich zu Hause bin, ein Ort, wo ich meine Freunde habe, wo ich meine Familie habe, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch immer gerne sein möchte. Heimat ist für mich der Ort, wo meine Familie ist, wo ich die Umgebung kenne, wo ich groß geworden bin, wo ich lebe, wo ich Schönes und nicht so Schönes erlebt habe, das, wo ich bin. Ich hätte immer rollen können, wenn ich die Heimat verlassen habe. Und Weihnachten war immer eine schwierige Zeit, wenn ich an zu Hause denken musste. Heimat ist ein wichtiger Begriff. Heimat assoziiert für mich Sicherheit, Wärme, aber auch Bestand. Und ich glaube, wer Veränderung vorantreiben sollte, sollte immer den Heimatbegriff auch mit im Herzen haben. Heimat ist da, wo meine Familie ist. Heimat ist für mich da, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin und andererseits, wo ich vielleicht einen anderen neuen Lebensmittel gefunden habe. Ja, ich glaube, Heimat ist wirklich zu Hause. Heimat ist eigentlich, glaube ich, für mich im Wesentlichen mein Elternhaus. Heimat bedeutet für mich sehr viel, weil das eigentlich der Ruhepol ist im Leben. Wenn man so im hektischen Alltag ist und irgendwie mal ein bisschen runterkommen möchte, dann fahre ich immer in die Heimat. Heimat bedeutet fast alles für mich. Der Abschied von der Heimat, der dauert ein ganzes Leben.